Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Es war einmal... Dieses Haus stand leer und hat mich damals angesprochen. Mach was aus mir. Wir sind eine Freundesgruppe. Unser Grabplatz. Berlin bekämpft Sachen, die vielleicht noch gar nicht da sind. Wer bist du? Ich bin der Teufel. Mein Schwerpunkt, Beeiligung, sind stillgeborene Kinder, also Sternenkinder. Es hat sich dann einfach ergeben, dass ich es konnte. Wer bist du? Ich bin der Tod. Ich habe immer Märchen geliebt. La, 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 la. Ich bin der Tod. Ich bin der Tod. Untertitelung des ZDF, 2020